Ja, was für eine fantastische Idee für so ein kleines Mitbringseln. Das hat uns so gut gefallen, dass wir mit dieser deutschen Hip-Hop-Band, den Fantastischen Vier, in diesem Jahr unsere Kampagne Like a Bosch neu aufladen. Mit diesem TV-Sport, mit diesem neuen Kampagnen-Song. Und die Fantastischen Vier sind einfach der ideale Partner für uns, denn sie sind authentisch, witzig, wortgewandt und so ideal für die Like a Bosch Kommunikation. Erstmalig werden bei Bosch verschiedene Geschäftsbereiche, die Großgeräte, die Kleingeräte, die Smart Home Produkte, die Bosch Thermotechnik und die Bosch Power Tools gemeinsam diese Kampagne realisieren. Los geht's morgen am 1. September. Und mit diesem Spot findet die Premiere statt am Freitag um 20.35 Uhr bei The Voice of Germany im ersten Werbeblock Primetime. Das ist nur die Eröffnung. Diese Kampagne werden wir über mehrere Monate spielen. Nicht nur im Fernsehen, sondern natürlich auch auf den Social Media Kanälen. Und ja, seien Sie gespannt, was hier noch alles kommuniziert werden wird.